Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in diesem Video, eines meiner Lieblingsvideos, wie ihr schon jetzt wisst und auch schon an meinem Lachen seht, denn es geht um die blöden Fragen an einen Gynäkologen. Da gibt es ja diverse Ausführungen jetzt schon, ich glaube das ist der dritte oder vierte Teil sogar schon und es ist eine meiner Lieblingsrubriken, denn ich muss immer wieder schmunzeln, was eigentlich für Fragen an so einen Gynäkologen herangetragen werden. Es ist natürlich jetzt medizinisch didaktisch nicht das hochwertigste Videomaterial, was ich aufbringen kann in diesem oder auf diesem Kanal, aber es macht mir immer besonders viel Freude und ich glaube euch auch. Und deswegen ab und an streuen wir mal wieder so einen blöden Fragen an einen Gynäkologen ein. Es geht los, ich habe die Fragen, ich kann mal gucken, am 19. Februar habe ich eine Umfrage gemacht, das ist jetzt, jetzt haben wir April, Anfang April, zwei Monate her. Ja, ich weiß die Fragen überhaupt nicht mehr und das mache ich immer so, damit ich selber überrascht bin. Ich habe mir Bildschirmfotos gemacht, die Fragen umkriege, die ich interessant finde oder die ich neu finde, weil vieles haben wir schon geklärt und die lese ich jetzt live mit euch durch. Ich habe also wirklich keine Ahnung, ich habe die jetzt rausgesucht, keine Ahnung was auf mich zukommt. Ihr seid live dabei. Klassiker, pass auf. Ich kenne den Namen nicht oder Matri, Matri, irgendwas. Wie oft hast du mitbekommen, dass jemand angeblich für eine Freundin fragt? Der Klassiker, oder? Ja, also ich bin jetzt nicht selbst betroffen, aber ich habe da eine Freundin, die hat da unten eventuell ungeschützt Geschlechtsvorgänge gehabt und jetzt juckt es zum Beispiel. Ja, das könnt ihr, könnt wahrscheinlich die Frauen, die wirklich für eine Freundin fragen, werden auch schon belächelt. Also das ist so ein Klassiker geworden, dass ich da auch gar nicht mehr hinhöre. Ich sehe da nur, okay, ungeschützter Geschlechtsverkehr, potenziell sexuell übertragbare Krankheit. Und da funktioniert mein Gehirnschan, ohne dieses drüber rum wahrzunehmen. Aber ja, ist schon der Klassiker. Ist bei allen der Klassiker. Wollte schon mal ein Mann bei der Untersuchung gucken, ausgenommen Schwangerschaft. Ja, auch zum Beispiel in der Klinik, wenn es jetzt um die Geburtsverletzungen geht und man sitzt dann da und muss nähen, gibt es Männer, die das sehen wollen. Also die da richtig sich fast auf meine Schulter lehnen und dazugucken. Ich kann es denen natürlich nicht verbieten. Ich empfehle das immer nicht so, bei solchen Geburtsverletzungen zuzugucken, weil das ja schon anders dann aussieht, auch nach Geburt, als es vorher vielleicht war. Aber es gibt da viele sehr Interessierte und unter anderem auch bei einer ganz normalen gynäkologischen Untersuchung sehr Interessierte. Ob die jetzt einen Fetisch haben oder einfach nur medizinisch interessiert sind, weiß ich nicht. Ich kann es denen nicht verbieten. Wenn die Frau sagt, der kann gerne gucken, dann ist das kein Problem. Wenn die Frau sagt, will ich nicht, dann darf ich den rausschicken. Wie reagiert ein Arzt, wenn der Mannvater sich blöd im Kreißsaal verhält? Kommt sowas öfter vor? Puh, das ist ein Riesenthema. Das können wir echt mal in einem eigenen Video besprechen, weil Männer im Kreißsaal, da habe ich ein großes Herz für gewonnen, nach der Geburt meiner Tochter. Aber da gibt es natürlich schon die, es gibt so ein paar Charakterzüge. Der aufgeblasene Gockel, der da rumläuft und alles scheu macht. Dann gibt es den ganz Devoten, der gar nichts sagt. Dann gibt es den ganz Ängstlichen. Da gibt es verschiedene Charaktere, die alle ihre Gründe haben, so zu sein, wie sie da sind. Und diese Gründe muss man so ein bisschen für sich kennenlernen und eruieren. Und dann kann man die auch besser handeln, diese Leute. Gibt es auf jeden Fall. Mache ich mal ein eigenes Video vielleicht zu. Das ist ein Riesenthema. Erzähl mal, wo und wann wurde dir nicht abgenommen, dass du Arzt bist, weil du nicht so aussiehst? Ja, das ist ja etwas, womit ich täglich quasi konfrontiert werde, auch hier. Jetzt habe ich eine Käppi auf, ich kann auch die Käppi abziehen. Sehe ich jetzt mehr als Arzt aus? Ich weiß nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Lustigste Geschichte war eigentlich, da waren wir in Johannesburg. Wir haben da so eine Backpacking-Tour gemacht, ich mit meiner Frau. Und waren schon in der ganzen Weltgeschichte unterwegs. Und dann waren wir zum Schluss in Johannesburg, also Südafrika. Und da sind wir auch mit Leuten in so einem Café in Kontakt getreten und haben uns unterhalten. Und die sollten dann raten, was wir machen. Ich war dann DJ. Das fand ich sehr gut. Das war eigentlich noch Straßenbauarbeiter oder sowas. Ingenieur. Aber die sind natürlich niemals drauf gekommen, dass ich Arzt bin. Und war es damals schon. Und dann ist ja der Next Step, dass ich auch noch Gynäkologe bin. Also wenn ich jetzt Orthopäde wäre, die laufen ja manchmal auch so ein bisschen lockerer rum. Zum Beispiel ist ja so ein Klischee, was man aus Scrubs zum Beispiel kennt. Dann könnte man vielleicht das erahnen. Aber als Gynäkologe sieht man mich so nicht. Ich laufe schon in der Schulzeit. Also ihr könnt Bilder von mir sehen. Da laufe ich als Zehnjähriger auch so rum. Also ich bin halt so und habe mich auch nie geändert. Und nur weil ich Arzt bin, muss ich jetzt nicht Krawatte tragen. Und jetzt habe ich heute schon so ein halbes Hemd an hier. Also ich mache mich langsam. Ist für dich ein Ultraschall noch etwas Besonderes? Ja, werde ich tatsächlich öfter gefragt. Auch wenn ich eine Schwangerschaft zum Beispiel feststelle. Wenn ich eine Patientin habe, die lange jetzt bei mir war, hat Kinderwunsch und endlich funktioniert es. Und ich stelle die Schwangerschaft fest. Dann ist das immer etwas Besonderes. Und ich hoffe, das bleibt auch für immer. Denn wenn das irgendwann mal weg ist, dann kann ich eigentlich mit diesem Beruf aufhören. Das ist immer schön. Und ich finde auch ein Ultraschall zum Beispiel bei Schwangeren immer spannend, was die Kinder da drin machen. Die liegen ja nicht alle gleich so da, sondern die machen ja immer irgendwas anderes. Und manche ärgern einen beim Ultraschall und wollen nicht so richtig das zeigen, was man als Arzt sehen möchte. Und andere sind total süß schon fast und fotogen. Also doch, es ist immer etwas Besonderes. Ich bin auch immer wieder so ein bisschen gespannt, was da auf einen zukommt, wenn man diesen Bauch vor sich hat, den Ultraschallkopf in der Hand und hält dann drauf und schaut, was würde mich denn da jetzt gleich angrinsen. Stefanie fragt, wie schlimm ist Fußgeruch für Ärzte, vor allem im Winter, wenn oft Frauen Stiefel anhaben? Also für Ärzte generell wahrscheinlich nicht das große Problem, außer man ist vielleicht Fußarzt. Gibt es das? Dermatologe. Aber Gynäkologen, und das ist sehr, sehr nachsichtig von dir, liebe Stefanie, sitzen schon oft an der Quelle am Fuß. Denn wenn ihr auf diesem Stuhl ja sitzt, breit links, haben wir oft diesen Ultraschall relativ nah an uns. Das heißt, dieser Fuß ist schon in der Nähe von unserer Nase. Und tatsächlich riecht man das schon mal. Ist jetzt nicht schlimm, aber so ein Fußgeruch. Ach, es gibt Schlimmeres. Also, ja, gibt es, ja, also finde ich, habe ich jetzt noch nie so krass als störend empfunden. Viele Frauen finden das immer sehr unangenehm und versuchen den Fuß immer so wegzuziehen, wenn ich da ein bisschen zu nah rankomme. Und ich sage immer, das ist kein Problem. Aber sehr nachsichtig, danke für diese Frage. Können attraktive Patienten auch ein, was? Können attraktive Patienten einen Gynäkologen auch mal aus der Fassung bringen? Diese Frage kommt ja immer wieder oder sehr oft, ob man dann irgendwie sagt, oh, das ist ja eine besonders schöne Frau. Klar gibt es schöne Menschen. Es gibt auch schöne Menschen, die jetzt optisch vielleicht gar nicht so gut aussehend sind. Das ist ja auch immer total Geschmackssache. Viele würden vielleicht von meiner Frau sagen, die ist jetzt nicht hübsch. Ich finde sie die schönste Frau der Welt. Aber ich finde auch manche Frauen zum Beispiel, die jetzt optisch vielleicht nicht so aussehen, aber trotzdem sehr schönen Menschen. Versteht ihr, was ich meine? Ohne da irgendwelche sexuellen Gedanken zu haben. Das haben wir, und das habe ich, glaube ich, in jeder Reihe, die wir hier gedreht haben von diesen blöden Fragen, schon gesagt. Es gibt für Gynäkologen keinen sexuellen Gedanken bei dieser Arbeit. Also das ist nichts, wo man jetzt, das ist wie eine Urologin, die jetzt einen sexuellen Gedanken haben soll, wenn sie einen Hodensack untersucht. Komplände? Eva hat gefragt, nerven dich die übersorgten Schwangeren, die am liebsten jede Woche einen Termin hätten? Also, da muss man ja mal vorne anfangen. Frauen sind ein spezieller Schlagmensch, den ich sehr, sehr mag und schätze, sonst wäre ich kein Gynäkologe geworden. Schwangere Frauen, da gibt es ja eigentlich nur schwangere Frauen, die sind nochmal sehr spezieller. Das liegt natürlich zum einen an den Hormonen, aber zum anderen daran, dass sie gerade auch Verantwortung für ein Neugeborenes haben, was in ihrem Bauch heranwächst. Und allein, wenn man das jemandem erklärt, da wächst etwas in einem heran, lässt einen da so ein bisschen sensibel sein, was die Gefühle oder Gefühlsregung und emotionalen Ausraster einer Schwangeren angeht. Also, manche sind sehr übersorgt, manche sind extrem entspannt, manchmal sogar zu entspannt. Und ich bin da eigentlich immer auch ganz relaxed. Also, wenn jemand jede Woche kommen möchte, dann frage ich dann halt beim fünften Mal, was soll man denn machen? Also, man kann ja nicht viel mehr machen. Wenn alles in Ordnung ist, ist alles in Ordnung. Wenn sie jede Woche kommen will, dann ist das von mir aus so, wenn sie einen Termin kriegt. Aber man muss auch ein bisschen, glaube ich, an die Natur in der ganzen Sache glauben. Es ist viel Medizin heutzutage, Ultraschall, Bluttests und so weiter und so fort. Aber es ist das Natürlichste der Welt, ein Kind zu bekommen. Auch wenn das vielleicht viele nicht denken. Aber ja, die kann ich nicht lesen. Frage ist, denkt man sich als Arzt, die hatte eine besonders schöne Joni oder eben hässlich? Joni geschrieben, Y-O-N-I, kenne ich so nicht. Ich kenne viele Begriffe für wahrscheinlich das weibliche Geschlechtsteil. Ob man denkt, es ist schön oder hässlich? Nein, es gibt ja keinen hässlich. Also, viele junge Mädchen zum Beispiel haben ganz große Probleme damit, wenn die inneren Schamlippen größer oder länger sind als die äußeren. Und die kommen zu einem und sagen, ich möchte mich da operieren lassen. Das soll abgeschnitten werden. Das finde ich hässlich. Das ist Natur. Das ist das Natürlichste der Welt. Das ist, als wenn, keine Ahnung, Männer sich da unten rum angucken und sagen, der ist aber ein bisschen schief oder der ist nicht perfekt symmetrisch oder der, was weiß ich. Das seid doch ihr. Das ist doch wie meine Nase zu groß ist oder mein Zahn hier unten ein bisschen schief ist. Das bin ich. Also klar kann ich mir das alles wegmachen lassen und die Nase schmaler machen. Aber das gehört zu euch und das macht euch aus. Und ich finde das als Gynäkologe und ich glaube, da spreche ich für alle Kollegen, habe ich nicht. Ich setze mich nie dahin, habe den Gedanken, oh schön oder hässlich, sondern ich bin ja Arzt und suche nach einer Erkrankung oder ich möchte eine Erkrankung ausschließen. Ich achte da nicht auf Ästhetik. Ich bin auch kein plastischer Chirurg, der jetzt Brüste gemacht hat und sich die Brüste anguckt und sagt, oh die sind aber schön oder hässlich. Es gibt mit Sicherheit bei den plastischen Chirurgen zum Beispiel den Begriff, ist schön geworden zum Beispiel bei den Brüsten. Wenn die jetzt schön gemacht sind oder die Narbe gut verhalten, dann ist das schön. Aber das ist jetzt auch nicht sexuell gemeint, sondern vom Ergebnis. Versteht ihr? Es gibt kein schön oder hässlich bei den weiblichen Geschlechtsteilen. Für mich jedenfalls nicht. Und bei den Männern finde ich auch nicht. Das müsst ihr aber entscheiden. Gehe mir nicht so aus. Ist es nicht ein tolles Gefühl, der wohl beliebteste Gynäkologe zu sein? Das weiß ich nicht, ob ich der beliebteste bin. Ich bin mit Sicherheit einer der bekanntesten Gynäkologen, die online bei den sozialen Medien unterwegs sind, aber wahrscheinlich auch fast der einzige. Das ist wie, als wenn man von drei Teilnehmern Zweiter wird. Und man sagt dann allen, ich bin Zweiter geworden. Hier beim Kirschkernweitspucken bin ich Zweiter geworden von drei Teilnehmern. Nein, freut mich natürlich, wenn ihr sowas sagt. Aber es gibt sehr, 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 sehr viele gute Gynäkologinnen und Gynäkologen da draußen. Bin ich mir sicher. Verstehe ich nicht. Ist auch von der Rechtschreibung jetzt nicht so ganz optimal. Achten Frauenärzte auf Socken? Ich finde Omasocken immer cool. Also wenn jemand so gehäkelte Socken oder so von der Oma mit hat, das spreche ich immer an. Interessante und schöne Socken. Muss man im Studium zum Gyn eine Leiche untenrum analysieren? Nochmal. Muss man im Studium zum Gyn eine Leiche untenrum analysieren? Also das Studium als Arzt, als Humanmediziner umfasst ja sechs Jahre, wo man alles lernt. Und da gehört natürlich auch eine Leichenschau und Leiche sezieren zu. Und da lernt man natürlich auch die weiblichen und männlichen Geschlechtsorgane kennen. Der Gynäkologe, der Facharzt für den Gynäkologen wird erst nach dem Studium drangehangen. Das sind nochmal fünf Jahre Ausbildung quasi. Also man fängt nicht an, erstes Semester und sagt, ich möchte Gynäkologe werden, sondern es ist eine sechs Jahre Grundausbildung und dann nochmal die Fachspezialisierung für den Facharzt drauf. Ja, Lesen und Sprechen ist nicht so meins. Wie muss ich mir Konstantin Wagner vorstellen, wenn ich als Patient, wenn ich als Patientin kennt? Wie muss ich mir Konstantin Wagner vorstellen, wenn ich als Patientin kennt? Verstehe ich nicht, vom Satz war schon nicht. Heißt das jetzt, ob ich Freundinnen und Bekannte untersuche oder wie? Das ist eine Frage, die oft auch gestellt wird an mich. Gibt es Freundinnen oder enge Verwandte, die zu mir kommen? Ja, gibt es. Und wie die das empfinden, weiß ich nicht. Muss man ja die fragen. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Ganz im Gegenteil. Wenn dann eine gute Freundin auf mich zukommt und sagt, hast du noch einen Termin frei? Dann freue ich mich erst, dass man so viel Vertrauen zu mir hat. Nicht nur als Mensch, die mich ja auch so kennen, wie ich bin, sondern eben als fachlichen Menschen. Also das ehrt mich eher, als dass ich das jetzt irgendwie komisch finde. Ich finde das überhaupt nicht komisch. Ich finde das eher schön und freut mich auch, weil ich weiß, wie ich bin, wie ich fachlich bin und wie ich mich auch bemühe. Mühe um Patientinnen und fühle, auch wenn das vielleicht ein bisschen arrogant klingt, ich fühle dann, dass die Patientin gut aufgehoben ist, weil ich mich dann gut kümmern kann. Versteht man das, ohne dass das arrogant klingt? Ich freue mich einfach. Ich freue mich, wenn eine gute Freundin kommt und ich möchte bei der Patientin sein. Dann freue ich mich. Weil dann weiß die, ich mag den menschlich, ich kenne den und ich vertraue dem. Auch wenn sie mich privat kennen. Also vielleicht beantwortet das die Frage. Ich bin privat nicht viel anders als hier vielleicht. Sieht man ja auch in den Vlog so ein bisschen. Hast du auf deinem Schreibtisch ein Bild von deinem Kind? Und ich habe in meiner Praxis tatsächlich wenig privates Zeug. Da sind Fotografien von mir, die ich aus dem Urlaub gemacht habe. Und das ist das Privateste, was da rumsteht. Ich habe da keine Bilder von meiner Frau oder meinem Kind. Und das werde ich auch so handhaben, weil ich das, wie ihr wisst, sehr privat halte. Auch hier seht ihr nichts von meiner Tochter vom Gesicht her. Ihr seht sie immer nur von hinten oder verschwommen. Das behalte ich in der Praxis auch so bei. Ist es komisch, Patientinnen privat zu treffen? Das passiert mir ja mittlerweile auch häufiger, dass ich mal irgendwo erkannt werde. Da ich das auch merke, wenn da irgendwie... Das merkt man ja, dass da überein gesprochen wird. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ganz im Gegenteil. Ich sage auch immer, sprecht mich an, wenn ihr mich irgendwo kennt. Ich meine, ich bin irgendein Typ aus Deutschland, der halt online irgendwas über Gynäkologie erzählt. Mehr ist da ja nicht. Und wenn ihr mich anquatscht, freue ich mich total wie ein kleines Hündchen, wollte ich sagen. Ich freue mich einfach sehr, weil ich dann weiß, okay, die kennen mich. Und wenn mich jetzt eine Patientin trifft auf der Straße und sagt, ha, Herr Dr. Wagner, dann freue ich mich auch. Ach so, das ist eine Frage, um die jetzt mal vorwegzunehmen. Vielleicht bezieht das auch darauf, ob ich die Frauen mir jetzt nackt vorstelle oder weiß, wie die aussehen. Ich vergesse das. Also wirklich, ich vergesse das. Es gibt Freundinnen, die auch dann auf mich zukommen oder jetzt befreundete Hebammen zum Beispiel, wo ich bei der Entbindung vielleicht auch dabei war, die mich dann auch gefragt haben, jetzt weiß die, wie ich unten warum aussehen. Und ich sage, ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß das, glaube ich, eine Stunde später schon nicht mehr, weil man natürlich auch relativ viel sieht. Und ja, man, ich habe schon ein schlechtes Gesichtsgedächtnis. Also wenn ich Gesichter sehe, weiß ich, habe ich mal gesehen, kann ich aber auch nicht zuordnen. Und dieser Teil, der ist für mich Schall und Rauch. Den habe ich dann vor Augen, wenn ich ihn sehen muss, weil ich irgendwas diagnostizieren will. Und danach ist der für mich dann passé. Und das ist Hand aufs Herz die Wahrheit. Ich weiß nicht, wenn mich jetzt eine Freundin anspricht, wie sehe ich ihn untenrum aus, könnte ich es nicht sagen. Sehen Frauenärzte Hebammen als Konkurrenz, also in der Schwangerschaftsbesorgung, überhaupt nicht. Und wer mich kennt und viele Hebammen kennen mich ja, wissen, ich bin sowas von Hebammen-Fan und da gibt es überhaupt keine Konkurrenz. Und das ist so affig, das ist wirklich so affig. Man hat ja dasselbe Ziel. Das ist, als ob man zusammen Marathon läuft und sich aneinander hängt und irgendwie zusammen was schaffen will und dem anderen die ganze Zeit ein Bein stellt. Also es ist so bescheuert, da einen Konkurrenz-Gedanken überhaupt aufzubauen. Also da gibt es für mich ganz im Gegenteil nur den Team-Gedanken und keinen Konkurrenz-Gedanken. Ist es für den Gynäkologen einfacher notwendig, lange Finger zu haben? Das fragen mich auch viele Hebammen-Schülerinnen, die sagen, ich habe zu kleine Hände, ich kann jetzt nicht untersuchen. Das ist unerheblich, weil man natürlich sehr, sehr kurze Finger hat und die Scheide sehr lang ist. Das gibt es ja, kann es sein, dass man nicht rankommt, dass jemand anderes mit langen Fingern besser drankommt. Es geht so ein bisschen um das Gefühl, um die Erfahrung, aber das ist so selten, dass man zu kurze Finger hat für die Frau zum Beispiel. Also das gibt es ganz, ganz selten, da keine Angst. So ihr Lieben, ich glaube, bevor das hier wieder ausartet, das lassen wir erstmal so. Es war wieder ein herzerquickendes Verhör. Ich hoffe, ihr seid einigermaßen, ich muss meine Mütze wieder aufziehen, sonst fühle ich mich so als Gynäkologe. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Dass vielleicht ein bisschen medizinischer Inhalt dabei war. Ansonsten freue ich mich persönlich immer über diese Fragen. Wir werden immer mal wieder sowas einstreuen, auch wenn es meinen Eltern nicht so gefällt. Ganz ehrlich, die haben lieber, wenn ich seriöse medizinischen Talk mache. Aber ich muss ja auch mal meinen Spaß dabei haben. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.